Hallo Freunde, herzlich willkommen heute zu einem frischen Let's Play von W.U.T. Blitz. Ihr seht, ich starte heute nicht in der Garage, ich starte in der Festung, der Verzweiflung. Ja Freunde, Update 2.3, ne? Ja, 2.3 ist, hat geupdatet, ja. Ich war gerade schon aufs Kanal. Kanal heißt die neue Karte. Und ja Freunde, was soll ich sagen, die geilste Karte ever. Also ist wirklich so geil, ich hab mir es schon sehr geil vorgestellt, aber so geil, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja Freunde, Perla Perlo hat jetzt auch endlich den A20, jetzt können wir schon racen. Auch wenn er wahrscheinlich, so wie es aussieht, noch nicht den guten Motor hat. Den guten Motor. Race vor hier runter, machen keinen Schaden, das ist gut. Denn da ist ein T46. Den beschotten wir mal ein bisschen. Oh, okay, aber der ist dahinter versteckt, ich fahre jetzt noch nicht so weit vor. Zieh dich hier mal ein bisschen zurück. Ja, okay, auf jeden Fall Freunde, Update 2.3 jetzt am Schlüssel. Endlich. Minikarte habe ich immer noch weg, hab einfach keinen Bock drauf. Okay, DW2, Gegner. Perla Perlo hat den gerade abgefaggelt. Ich weiß immer noch nicht, wie du in echt heißt, Digga. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, Original, Digga. Sie kann jeden Moment reißen. Ich bin weg. Fick dich doch, Alter. T46. Wachsen wir mal kurz zum T127. Den werde ich mir holen. Bald. In fünf Tagen. Ich weiß nicht, ob das da noch geht. Manchmal habe ich keinen Bock drauf, Freunde. Und das ist halt momentan manchmal der Fall. Ich schau mal den beim OP. Guck mal hier, T127. Das ist halt schon ein Stückchen Scheiße. Weißt du, weißt du, ein Stück Scheiße. Das Spiel hast und so. Ja. Ja, Freunde. Wie seht ihr, es läuft schon nicht gut. Ja, aber gut, was wollen wir machen? A20 habe ich mir zwischendurch gegönnt. WG-I, aber gut. Da ist halt auch mega schnell. Gegenzug könnten wir mal den hier verkaufen. Mit dem Panzer 3A braucht eigentlich auch niemand. Anlektos, Billis brauche ich auch nicht mehr. So, jetzt habe ich wieder alles, was ich brauche. Äh, nee, du. Nee, nee, nee. Ich warte jetzt auf den A20. Und dann geht es noch mal los. Ja, Freunde. Jetzt warte doch ganz kurz. Es geht gleich wieder mit dem A20 rein. Du musst nur ganz kurz warten. Da ist der A20. Minen, top tier. Ich glaube, das hat auch ein Patch gekriegt. Ich weiß es aber nicht. Ich denke aber. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Bitte. Danke. Nee, okay, doch nicht. Keine Ahnung. Muss ich mir anschauen. Aber es scheint mir so, als ob die Grafik ein bisschen besser wäre. War der Berg da früher? Weiß ich nicht. Muss ich mir meine früheren Let's Plays anschauen. Ja, der Panzer ist einfach zu schwer. Mit dem BD-7 kommen wir nämlich hier nur Freunde des guten Panzerfahrts. Wir fahren heute mal andersrum. Eigentlich auch nichts für mich, aber ich fahre heute mal andersrum. Weil es mal einfach danach ist, weil einfach das Update so funnig ist. Also ich hoffe, wir kommen auf Kanals. Kanal. Auf Kanal, so heißt es ja wahrscheinlich. Iroma und Iroma. Hallo, was ist denn da heute los, Iroma? Angriff. 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 Dam, 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 dam. Yo, wir haben dem halt einfach mal so 320 abgezogen von seinem HP-Konto. Und da geht jetzt auch noch ein Rieser-3. Das ist ein angenehmer Gegner für uns. Triff ich mir vor. Ich denke, die restlichen werden sich mit dem schon auseinandersetzen. Ist der auf, dann ramm ich ihn einfach drauf. Nee. Okay. Los. Gegnerisches Fahrzeug aufgeschaltet. Ach, du, Digga. Du Wichser. Covenantal, alter. Angriff. Ja, ja, wollte ich mich schon wieder treffen. Nee, nee, das kriegst du jetzt schön so. Wirkunftspreffer. Noch so einer und die sind fertig. Das muss wehtun. Noch so einer und die sind fertig. Welch ist er? Jetzt müsste eigentlich noch die SU hier irgendwo rumstehen. Ja. Da ist sie schon. Ach, jetzt kommt der M. Jetzt kommt er ins Spiel. Alles klar, Digga. Digga, danke, dass du ihn ausnahmest. Fast. Ich habe jetzt nur noch 40 Half-Points. Bei der SU muss ich jetzt durchaus aufpassen. Hey, das war früher aber auch nicht so hoch. Ey, Magie bringen wir hin. Der PZ4A nimmt ihn raus. Der PZ4A nimmt ihn raus. Was hat denn der gemacht? Der dreht sich einfach weg. Digga, was los mit dem? Na ja, gut, ich hoffe, ihr kommt heute noch auf den Kanal. Da kann ich euch nämlich zeigen. Oh, wir würden nicht viel Geld angenommen. 2.000. Ja, 2.000. Ja gut, jetzt habe ich mehr als vorher. Nur hab ich durch Panzer verkauft. Ja, Freunde, in der nächsten Woche werde ich euch wahrscheinlich die ISU vorstellen. Macht euch schon mal drauf bereit. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mega Spanndauer. Wer passt? Wie weit haben wir denn schon? Ich denke, über 4.000. Ach ja, es sind schon einige, die wir da gesammelt haben. Legst du los? Ich habe noch eine Stunde für 49, muss ich ausnutzen auf dem. 49 mal 5 oder mal 5 sogar, glaube ich. Keine Ahnung. Steinfeld. Endlich wieder das normale Steinfeld. Danke Gott. Ich liebe dich dafür. Ich habe das... Ich hatte wahrscheinlich meistens nicht den Anschein. Aber ich habe die Halloween-Steinfeld-Map so gehasst. Los geht's! Ja gut, ich fahre dahin, wo ich eigentlich sonst immer auf dieser Map hinfahre. Ach, das hat jetzt ein richtig cooles Patch. Ich habe 9 Ton. Chill. Ach ja, gut, okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen was zurückhalten. Oh Mann, dieser Arschpingel. Oh, ja gut. Habe ich gesagt, dass wir ein M3 Lee drin haben? Fick, 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 fick. Ich prassel ihm noch ein paar ein. Ja, Digga. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Ich lass mich doch von so einem Wichser nicht bombardieren. Und fick dich. Ich kill den Hetzer zwar, dann ist der Hetzer tot, aber der Hetzer killt mich trotzdem noch. Ach komm mir. Fähre halt gegen, Fahre halt gegen Stein, Digga. Läuft. Ich nehm schon wieder elf Minuten auf. Ich glaub heute kommen wir nicht in Channels. Ne, du. Digga, mach doch den Panzer 3. Jetzt geht doch nicht auf den, jetzt geht doch nicht auf den M8A1. Ist er schwul? Der ist schwul, Digga. Jetzt komm, komm mal hier hin. Ach komm ey. Jetzt kommt wenigstens der M3 und hilft ihm. Na komm. Na komm. Ach komm, wieso fährt denn der Wichser nicht vor? Sorry ey, aber der muss doch mal vorfahren. Ja komm, jetzt gib sie ihm. Hallo, was machst du denn? Schieß doch. Hallo. 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 Mann, oh Gott, da killt ihn der, da killt ihn, oh Gott, meine Fresse, da killt ihn der M8, weil der M3 ihm nicht hilft, was ein Hurensohn, sorry, aber steht da, macht nichts, denkt, wie steht er denn jetzt da, meine Fresse, du. Ja, Freunde, danke fürs Zuschauen, für VOT, ich hab heute schon wieder keinen Bock mehr auf dieses Game, bis zur nächsten Folge von VOT Blitz, euer René, schaut auf jeden Fall wieder, beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, ballern, 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 ja, Freunde, danke fürs Zuschauen, euer René, ciao.